Die Nerven der Menschen vor dem Flughafen in Kabul liegen blank. Kaum Schlaf, kaum etwas zu essen und ständig Schüsse. US-Soldaten hinter den Toren oder afghanisches Sicherheitspersonal schießen weiterhin in die Luft, um die Menschen von den Toren abzuhalten. Es sei eine der größten und schwierigsten Luftbrücken der Geschichte, sagte US-Präsident Joe Biden. Dennoch verspricht er, dass alle US-Bürger nach Hause gebracht würden. Die Bundeswehr muss daher schnell handeln, denn alle Nationen, die jetzt noch vor Ort sind und Menschen rausholen, sind von den USA abhängig. Die kontrollieren den militärischen Teil des Flughafens. Der Zivile ist zerstört und nicht einsatzbereit. Die Vereinten Nationen warnen nun vor Racheaktionen der Taliban. Lokale Medien berichten, dass mehrere Vertreter der bisherigen afghanischen Regierung vermisst würden. Und die Deutsche Welle berichtet über einen Angriff auf die Familie eines ihrer afghanischen Journalisten, der mittlerweile in Deutschland arbeitet. Einer seiner Verwandten sei dabei getötet und ein weiterer schwer verletzt worden.